Niko, da kommt der Straßensperre. Ja, aber links. Ja, aber Niko, der Weg geht ja komplett woanders. Scheiße, aber du musst echt rechts fahren. Oh nein, ja gut. Äh, ach du Scheiße. Ja, das ist schon ein, ne? Ich fahr dann mal kurz zum Turm, würde ich sagen. Und denk mal auf. In der Zeit. Ja, ich bleib bei Art an der Kreuzung erstmals. Vielleicht für eine schlechte Idee, da durchzufahren, aber das wissen wir wahrscheinlich. Ja, das fühl ich auch. Gas da vorne noch, hier stehen bleiben. Ja, ja. Doch, Alter. Du gehst da durch nicht. Ja, also jetzt viel Spaß. Ich fahr jetzt links hoch, du musst rechts fahren. Also jetzt rechts rechts, ja? Ich fahr erst mal. Oder? Versuch's ruhig, würde ich sagen. Dabei. Dabei ist es eigentlich recht. Ja, ha? Warte mal kurz. Du fahrst dir auf jeden Fall vor, wenn wir überhaupt langfahren. Gucken wir mal, was der Turm dazu sagt. Ja. Also sollen wir sonst noch hinten hinkommen? Aber es muss ja eigentlich einen offiziellen Weg auch geben. Einen einfachen Weg. Ja. Weil irgendwie gibt's keine... Die fette Straße geht irgendwie nach links weg, aber irgendwie keine weitere fette Straße nach der Fabrik. Ja. Gibt's vor allem, aber warte ich wollte die einen hinführen. Ich wollte die einen hinführen. Ich wollte die rechts weg gehen. Ich weiß nicht. Das sieht gut bei dir aus. Ja. Und was klappt mit? Ja. Aber das ist aber auch nur so ein halboffizieller Weg. Also... Weil Weg wird groß geschrieben, sag ich mal. Ja. Jetzt hat er bei mir eh auf. Äh. Bad. Einfach geradeaus weiter, Nico. Easy. Ja? Einfach geradeaus weiter? Und nach rechts ein Stück. Ich bin begegengefahren. Ist ein Zäuneweg. Was weiß ich denn? Ich seh jetzt doch der Mensch nicht. WTF? 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 Ey. Warte. Nach rechts. Nach rechts. Nach rechts. Da kommt die komplette Klippe. Ja. Ich weiß. Warte. Rechts sind jetzt Zäune vorbei. I don't know. Ich seh das halt nicht. Ich bin einfach durch die Zäune durchgefahren. Ja. Entschuldigung. Alter. Wo ist denn den Weg? Der gibt keinen mehr. Außer links ist ja fast wieder weg runter. Links ist aber dazwischen halt. Zwischen links und rechts. Okay. Das ist doch eigentlich ein Turm oder? Ja. Einfach zum Turm fahren. Ja. Ein Baum vor dir. Ach. Danke. Alter. Gut. Hier werde ich nie wieder hoch kommen. Ach. Da ist der Weg. Da ist der Weg. Ich seh'n. Da war ne Klippe dazwischen. So eine Klippe da drin, oder? Das ist scheinend zumindest. Ach du Scheiße. Ja. Einfach aufdecken bitte. Warte. Danke. Und guck mal da ist auch der fette Weg. Ach. Ich muss echt nur mit dem Turm fahren. Nein. Rechte. Ja. Ja. Ja komm doch bitte zurück Nico. Du kommst ja in die Tür hoch. Ach du Scheiße. Ja komm mir entgegen. Komm mir den Weg. Dann fahr ich den Weg nicht lange und du kommst mir entgegen. Du bist der Weg kommst mir entgegen falls ich festfänge. Den. 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 iß nicht anfangen. Der Weg der rechten Weg? Du fährst da seinen Weg auch nen fenten Weg drauf. Du wartest mal wahr wie man fahrt auf mich. Ja, du komm es so ein 거야 klingelt. Ich weiß nicht, ob du das so schaffst. Oder ich kann es sehen. Ich kann die Entschaltung. Na dann, es geht auch. Was ist jetzt passiert? Ja, weiß ich auch nicht. Was ist passiert? Ich kann nicht gucken. Ja, ist schon okay. Nee. Oh, ein Kind oder was? Nee. Ich habe gerade ein paar Problemchen mit einem Bäumchen. Ähm. Das werden wir hier wohl schaffen, leider. Was ist ohne das Bäumchen? Nee, das war ein großer Baum, der nicht um Zug fahren geht. Jetzt habe ich es. Was ist das? Es ging runter und dann kam direkt ein Baum. Da bin ich fast hingefahren. Alter, Nico. Ich fahr gerade auf. Gerade Strecke, ey. Der Räder drehen natürlich mal durch. Das ist einfach voll langsam der Räder. Obwohl ich auch nachfahren. Weil da einfach so viel Gewicht drauf ist. Oh Mann, jetzt zieht er bergab. Oh, bitte. Ich konnte ihn neben mir hinstellen. Alter, ja. Ich roll erstmal hier runter. Das heißt, wie ich... Oh Gott, da kommst du schon. Oh shit. Hi Nico. Oh Gott. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich bin halt voll richtig runter gefahren hier oben gerade. Ich bin nur weg ab. Und jetzt rechts. Oh, bloß ab. Die links sind wir vorbei. Ja. Wenn ihr hochkommt. Das ist mein erster Problem. Ich kann sogar auf Eier einfach nachfahren. Scheißegal, weil die Räder verwendet sind. Du kannst. Nice. Ja. Ich weiß noch nicht viel lange, aber ich weiß noch was falsch. Ja. Ich bin nach rechts. Ja, aber ich weiß ja nicht exakt. Das ist tatsächlich recht easy hier durchzukommen. Das hat zwar gedauert. Ja, das soll ich stehen, ja. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall ging die Specs ab. Viel größer. Du musst auswischen. Ja. So, kommst du jetzt auch länger? Das wird nur... Halt jetzt. Das ist doch fast schon ein Lähm. Oh, warte mal ganz kurz. Ich werde mal nachschauen bei dir. Dann siehst du dein Ding weniger da, ne? Ja, dann lokalisiert das ja nicht mehr. Äh, so. Oh nein. Oh nein. Was denn? Kann ich hier wirklich nachtanken? Oder muss ich an der Tankstelle sein? Das ist noch mal voll gespott. Ich will reinfahren. Ja, vielleicht musst du den Anhänger aufgedienst haben oder so. Dann noch. Und das geht. Ja, nachtanken. Achso. Ja, von... Ja, schwerer Radtankerflieger. Ja. Äh... Ah. Kannst du auch? Safe. Ja, kann ich auch. Cool. Nice. Äh, da ist unendlich drin. Lol. Ne, da hätten 5.000 drin. Ja, aber 5.000, 5.000, obwohl ich rausgenommen hab. Ne, 4.000, 792. Das ist mal die Buggy. Okay. Ich hab fast... Also da ist viel drin, aber wir wollen eh gar nicht mehr fahren. Ja, so. Ja, ja. Äh... Ich hab ja irgendeinen Weg runter gesetzt. Wow. Oh. Einfach wegfolgen. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist ein Raum. Jetzt wahrscheinlich... Ah. Guck mal. auf 11. Das ist kein Unterschied. Nice. Ja, gut. Ist ja irgendwo logisch. Ja. Klar. War da. Ja. Oh. Kommst ganz schön nah. Ja. Oh, ja. Wegsteine. 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 Was ist das? Ja, ja. Easy. Echt? Ich bin gut. Schlimmer war das. Wenn doch das nicht über den Hügel fahren können. Das heißt, es ist auch... Du querz. Ich weiß, du springst nicht. Ich bin gleich, wenn ich mir nicht stehen bleiben. Ja. Ah, hier rechts. Ah, bis bald da. Nice. Na, irgendwo da ist es... Echt. Dicke Bläsner an der Straße. Ich fahre einfach in der Innere Sicht. Angenehmer. Ja, manchmal mal kratschbar. Ich glaube, nur ein Schatzanhänger. Ja, das ist echt essentiell. Aber Dicke rechte Beispiele. So gut nach dem Fahrzeug fahren und schauen, ob das gut fährt oder nicht. Hast du schon mal die Kamera weiter an außen gebracht? Also, weiter weg? Ja, Anhänger hat sich... Aber natürlich... Also, das ist ja noch schlimmer. Nee, aussuchen, mein ich. Ich kann es auch so. Den linken Stick nach unten bewegen. Oh, lol. Ja, du musst noch. Haha. Aha. Oha, geht doch. Haha. Alter, Legs. What the fuck? Wo gehts? Wo gehts? Wo gehts? Wo gehts? Ich frage doch, wo das ist. Schau mal. Ja, doch, das ist die Lichtrecher. Ja, da sind wir. Ja. Nicht so schief gehen. Was? Ja. Auf der Crash. Da hast du eine direkt, weil ich ihn fahre. Oh. Nix. Muss hin? Äh. Ja. Aber rechts wahrscheinlich, ne? Ja. Wahrscheinlich hier. Wahrscheinlich hier. Das sind wir dann vorderen. Ja. Äh. Äh. Passiert nichts. Äh. Wir müssen doch hier hin oder da? Man muss es einfach abdingeln. Warte mal. Wo ist denn der Auftrag? Oh, Träume. Ist es noch nicht... ...da, also... Warte. Oh, Spiel! Alle Taten falsch. Warte mal. Das da. Das da. Warte mal, wo ich stehe. Wie gibst du das ab? Warte mal, muss ich vielleicht hier... Ah, ich lade kurz. Warte mal. Warte mal, war ich umrahmt. Stoffdreher? Ja, ja. Ja, ja. Muss irgendwie reißen. Aber das ist ja nur da auch. Oh, oh. Ja. So, ja. Keine Ahnung. Warte mal, wenn wir das schon haben. Weil wir das so entdeckt. Kann er Zeit vertreiben. Auftrag... ...aufgabeanzeigen. Ach so. Oh, ja. Ja, ne. Aber musst du ja nicht da rein. Ich denk mal nicht. Dann probierst du ihn da reinzufahren, einfach erst mal. Kamera! Auf du mit. Was ist denn von einem riesen Anhänger neben mir, Niko? Äh, warte. Kamera hier. Fuck you, ey. Alter. What the fuck, ey. So. Nein, ich wollte nicht so rumlenken. NEIN! Äh, so. Wow. Das wollte ich nicht, das wollte ich... Mit der Kamera, ne? Ihr biebt sich immer woanders hin. Ja, ja. Ja, wenn's zu hoch irgendwo ist, dann einfach weg. Ja. So, ich guck gerade, was es ist. Oh, du musst bitte mir. Fuck! Fahr bitte weg! Äh, ja, sofort. Dann kann ich hier nicht drehen. Dann bin ich echt eingepackt gerade. Ach ja. So, jetzt. Äh, ist schwer zu sagen, was das ist. Wo steht denn da überhaupt ein Anhänger? Der ist nicht eingezeichnet. Äh, gleich neben mir, der. Ja, ich seh das da, aber der ist nicht eingezeichnet. Ja, da. Und das ist alles. Moment. Oh, fuck. Seht der gar nicht so? Warte. 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 Ich versuch mal anzukoppeln. Boah. Achso, ja, anzukoppeln. Mhm. Mit einer Heckdingens. Ich würd's machen vielleicht, aber vielleicht soll noch ein anderer. Ey Nico, wie geht's? Habt ihr's noch eingestellt? Ich weiß es nicht. Äh, warte. Vielleicht wirst du erst die anderen Wachen abgeben, Nico. Oh, dann den ja, maybe. Geh mir gar nicht mehr auf. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja gut, dann probieren wir es auch mit den anderen Sachen zu holen, oder wie? Ja, wie soll ich sagen? Schaut auch nicht wie sonst. Doch, hofft. Och scheiße. Ja, Matze. Na, dann warten wir was auf deine Anhängerfläche. Hey, auf deine Ladefläche. Fuck. Ich glaube tatsächlich, du musst dich bergen, das Ding wieder abbauen und dann dahin fahren und ich von hier aus. Oder notfalls, wobei, oder notfalls merke ich mich auch. Oder wir gucken mal, ob... Das ist ein Pritschenanhänger, äh, Flieger. Oh, aber ist das eine große, die ich nehmen kann? Was kann ich denn mit der große nehmen? Äh... Nee, der da kann ich nicht nehmen. Doch, der kann ich nicht dran den ganzen... Doch, das geht. Ich kann nicht den Trant tun. Du willst dich. Den, den, äh, diesen Pritschen-Ding da? Denk schon. Denk schon nicht einfach an... Nee, kann ich wahrscheinlich nicht, oder? Aber du hast einen hoch, satten Hoch-Ding. Aber eigentlich tut man ja hinten, doch, und ich fühl mich da oben. Was war das, hab ich dir gesagt, mit Pritschen-Auflieger? Eigentlich muss das gehen. Ja, aber warte mal, guck mal auf der Map. Es gibt Pritschen-Auflieger und es gibt ein gelbes Hoch-Symbol mit Pritschen-Auflieger. Bedeutet das, dass man von da was abladen kann? Wahrscheinlich. Äh... Okay, das hat wahrscheinlich nichts zu bedeuten. Okay, warte mal. Hm. Hm. Ja, scheiße, ich... Ich weiß es nicht. Ich will jetzt vielleicht auch auf, wenn ich nicht bergen sollte, Nico. Jetzt sollte ich hier oben, und ob ich den Tankplatz sollte ich umstellen. Den Anhänger, da haben wir keinen Teil dafür. Wollen wir dran machen. Auch scheiße. Absolut. Lass runterfahren, wenn's schon klappt mit dir. Ich lasse trotzdem einen Anhänger da. Ja, okay. Achso, äh, Wegpunkte setzen. Ja, versuche ich irgendwo, wo die langen. Ja, direkt rechts. Ja, einfach bergenlang da. Äh... Aber nicht über die scheiß verschollene Kacke da drüber, ne? Verschollene Ölstrecke, das geht nicht. Ja... Dann fahren wir einen großen Umweg. Wollen wir über den Weg drüber fahren? Rechts, Engelweg. Haha, ich seh's grad. Yo. Ich weiß, wie so schwer ist es hängen auf dem Berg, bei dieser scharfen Kurve hoch zu diesem fucking Berg. Na vor allem ist das in Sackgasse. Es geht durch diesen Schatter-Tentum hin. Ja, ja, das... Das ist die gescheiße, das wäre vollkommen schief im Gang. Wärten aber nichts mehr gefahren können. Nichts mehr gewesen, krass. Naja. Äh, wovon wir denn dann, Nico? Ähm... Tja, das ist ne gute Frage. Dass ich wirklich mit mir hergekommen bin. Ich... War das auch mega umgewegt. Wait. Oder wir tun uns einfach... Oh, ich gar nicht. Ding, jetzt n... Äh, wir sollten nach unten hinfahren. Ist das kürzer? Ja, hast recht, ja, Bert. Dann sehen wir auch direkt, ob's geht oder nicht. Aber ich würde es trotzdem nicht so lassen. Genau, dann guck erst mal, ob du den Pritschen... ...ob du diesen Anhänger denn nehmen kannst. Äh... Hier steht schon auch irgendwann rum, oder? Nee, ziemlich safe, keiner. Ich glaube, der ruhte da. Ja, er ist dort. Ich nehme stark gerade einen da ein. Weil die haben ja alle... Die kommen ja alle in den Anhänger. Ja, also was auch... Ich hab ja... Ich hab ja... Oh, warte, Scheiße. Betonplatten hier, Alter. Ab. Äh... Ich hab ja jetzt noch eine. Wofür muss das gehen? Ich hab ja jetzt weit weg, was? Äh, jetzt war er zu weit dran. Easy. Ja, nice. Jetzt... Dann... Fast über ohne erstmal. Weil oben geht's ja ein, oder? Oh, da gibt's einen... Ein... Ah, da. Guck mal, das ist ein Pritschen... Ja, und das ist selbst ein. Und das ist... Bei uns ein... Joa, ne? Das schon, let's go. Das ist aber ein Tiefladeanhänger. Ja, ist doch egal. Das ist selbst. Ja, Pritschenauflieger und irgendwas... Ladeaufhänger... Ja, geht. Weiß Anhänger. Komm jetzt. Nee. Ne Auflieger. Das ist anders, was du machst. Geht. Oder Pro. Ja, okay. Ich vertrau dir da mal. Ich will sie sich danach... Achtung, nicht rechts von mir nachfahren, Nico. Das ist ein richtig fettes Loch, wo du mir mal eingefahren bist. Ja, ja. Erstmal fährt einfach vor rein. Du hast gesagt, nicht rechts reinfahren. Achso, ich hab jetzt in deine Richtung geschaut. Wow. Ja, ich war zu links, Nico. Ja, danke. Also, da, wo ich dann fahre. Fahr extra. Ja. Nicht rechts reinfahren. Was? Ich dachte mir schon so, hä? Oh, warte mal ganz kurz. Ja, sieh ey. Das ist jetzt auch ein Problem. Ich hab's nicht geschafft. Ja, so. Wie geht's denn da zwischen der Strommaß-Rund-Anschaft? Ja, gut. Ich komm nicht mehr weg. Der hat dich einfach nicht kurz geschaut. Ja. Aber muss nicht. Ich kann mich nicht mehr weg. Ich kann ja so ausziehen. Ich muss jetzt mal... Äh, das hab ich rechts gesagt. Du, Assi, ey. Ja, fahr bitte. Nicht rechts. Ich weiß, das hat echt die andere Sache, ey. Oh, ich weiß. Ja. Was? Oh, wow, Crash. Ja. Es war jetzt als wenn... Das stimmt. das geht ja schnell zum glück nutzen wir schon bald nur ein job lassen ja das war der alten unnützen track verkaufen ja ja jetzt gestartet ich würde das ich holen wollte einfach 80.000 oder so war das immer nicht ich habe auch keine ahnung und dann hier ich bin gerade geschweigend ich bin unterbrochen und er hat nicht verfügt immer mal erst mal gucken wo war denn hier der ich weiß nicht mehr ist diese arme ja der hat auch noch unbezahlt ja dort mit nico bis nach der mitte weil wo alle nur steht zu weiter hat so macht er 1 9 ja level 14 so was kann uns also ja gut leisten aber danach können wir nicht gehen den chef rolle lasst uns nicht kaufen nico ich brauche einen flack äh was ist denn schon was hier steht ich habe 2 gmc und 2 fleetstar nice one hä was ist das immer los ich habe 1 gmc und 2 fleetstar aber das ist eine halte und ich fand mhm ich würde ja auch irgendwo holst du mal so ein gmc oh cool ja äh ich weiß tatsächlich nicht wir wollten ursprünglich den international pester holen weil der gerade drauf hat was aber vollkommen fake ist weil der krein kann man überall drauf machen ja stimmt wobei mir gerade auffällt wir sollten am besten von jeder kategorie glaube ich einen haben das wäre eigentlich besser ja weil manchmal steht ja 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 genau ja das heißt ne wir müssen natürlich unbedingt die gleichen haben aber ich halte das am besten eigentlich fänden wenn wir alle gleich haben so ja wir haben halt unsere tracks unterschiedlich und so das ding weil ich jetzt nicht weiß was der unterschied zwischen schwer und heavy duty ist weil so ich lasse also das ding ist ich gucke auch ein bisschen nach aller terrativen differenziatsspere umschaltbar ich weiß ja warum wie also 1 bei 1 grad brauchen wir auf jeden fall zum freischalten mit ein paar sachen wir müssen in einer sache aber das ding ist der western finde ich nicht so geil star ja weil der hat kein allrad der pazifik schon das ist natürlich nicht geil ne und der hat auch nur differenzialisperre umschaltbar und beim anderen beim pacific choice der grad ist die ich ja auch ganz gut finde oder nicht okay der hat also unschaltbar und differenzialisperre umschaltbar ja gut aber auch mehr an und da hat unschaltbar ja ist ja egal aber für heute alle anderen ja ja das ist natürlich so eine sache ja und dein hat größere reifen also der der pacific echt ja 57 zoll ne wahrscheinlich 57 zoll ja aber auch einfach gleich außer dass der westernstar mehr leistungsgeschwindigkeit hat und mehr spritverbrauch stimmt aber auch ja also der westernstar macht einfach keinen sinn also gut ist ja also entweder also die uns alle leisten können weil die nachsicht irgendwie alles doof wäret entweder halt der international pace da weil er halt auch fort ist oder der pacific auch pacific ist zu weit weg weil die 127.000 jetzt zu knicken erstmal ja aber wahrscheinlich dann wäre eher der pace Der nächste ist der nächste. Würde ich jetzt auch sagen, ja. Weil der Rest ist nicht... Ah, das hat beides, Arad und Differenzialz, aber das Umschuldball ist okay. Weil der Schnellstrecken dran wahrscheinlich. Weipros, Seismic, I don't know, was das ist, keine Ahnung. Ja, was? Und das ist so, weiprosa, Seismic. What the fuck? Okay, kein Problem. Probative. Äh... Ja, aber... Warte, weiprosa, Seismic? Ist das nicht vielleicht irgendwas mit Vibrationen? Ah, wahrscheinlich bei Offroad. Vielleicht bei Offroad. I don't know, ist irgendwas drauf drin? Seismographie ist ja irgendwas mit Schwingungen. Also Vibrationen und Schwingungen, irgendwas vielleicht damit, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall... Aber gefühlt ist das schlechter, als uns zerfließt da. Bei breitere Reifen, aber halt ein schlechter bleibt natürlich bestimmt. Ah, aber wieder Standfähigkeit und Stoff noch mehr. Keine Ahnung. Okay. Oh, vielleicht spricht das trotzdem mehr. Dann bittet das nicht so viel Mehrkosten. Oh, so langsam sollten wir aber mal los, sonst, ne, wird's schwierig noch zeitlich. Ja, ja, ja. So, ist das jetzt dein oder was? Wenn wir die nicht mal quästen, Nico, dann pack das vielleicht noch. Ja. Ja. Wobei, deine hast du wahrscheinlich sonst. Das ist das wahrscheinlich. Ja, vielleicht schon. So. Ah, ja. Ach, die Wegpunkt ist noch da. Sehr schön. Ich weiß ja noch genau, wo ich langfahren wollte. Bei mir nicht. Dann... Du bist doch hier vorne bei der Lateine hängen geblieben. Ja. Du musst das fette Loch weg, Nico. Das wäre eh Buggy gewesen, glaub ich. Soll ich nicht cool, der Rektor hast. Das war wirklich Buggy. Du musst hier an die Lateine rechten hängen geblieben jetzt. Ja. Also, wir sind selbst hier hoch. Ja. Ah, okay. Ich dachte irgendwie ich wär... Okay. Naja, schaden, mir egal. Ich weiß nicht, ob du es dann viel lang gegen die Hand hast. Ja, Schengel. Nice. Hat gut geklopft. Fehler, weißt du? Ja. Ich bemühe halt neue Wege aus. Auf jeden Fall ist das rechts gut. Das ist echt gut. Ja, ich... Eine gute Erfahrung mitgebracht. Ja, ich... Ich häng sonst bei dir. Ja. Aber das werde ich wahrscheinlich vielleicht bereuen, dass ich rechts fahre, also da ja... Ja. Das war's. Das ist du. Ich kenn den Weg, Nico. Ja, geht doch. Weil ich weiß nicht, was du da mit den Problemen hast. Willst du mal mit schneller fahren? Ja. Aber das war. Du musst mal hier links rüber übrigens, ne? Ja, ja, fahr. Ja, ich fahre. Ich fahre. Ich fahre nicht mehr. Wieso? Nee. Du bist doch da. Ja. Jetzt geht's. Nicht da. Um. Sonst häng ich grad an. Achso. Ja, kannst grad nicht. Nein. Echt? Die geht auch irgendwie mal. Ja. Mit dem links hoch ist, ne? Abgezogen. Äh, ja. Genau. Ja. Wurde ich nicht, Nico. Ja. Eigentlich hat es noch schön, ne? Auf jeder Sprit. Ja, für mich aber mehr, danke. Mir doch egal. Obwohl, nein. Ich fahre nicht, ne? Eigentlich nicht. Aber ich fahre nicht mehr. Ich fahre nicht mehr. Ich fahre nicht mehr. Aber ich fahre nicht mehr. Ich fahre nicht mehr, wenn ich da drin festhänge. Und dann die Räder durchdrehen. Und dann die Räder durchdrehen. Ja. Oh, fahre nicht. Auf A war keine gute Idee, sag ich mal. Ja. Hier kam es ja... Ja. Ja, da hat es nicht mehr. Hat bei mir nicht funktioniert. Ja, ich fahre was E forever im Kopf. Ich fahre doch hinten rein oder so. Ich finde es gut, dass die Karte sich komplett schiebt. Also, was ich komplett konnte, ne? Die Straßen schießt. Die Straßen schließen. Ja, der wird echt kaka, Alter. Das wäre echt krassig. Ja, ein... Ein Loch eh hat ein bisschen buggy. Ich habe immer noch irgendwo das andere Spiel, wenn man euch besorgt hat. das war das so dass man das nicht gesendet wurde ich meine schon aber das hat auf die fall nicht durchgezeugt habe mir was lange gefahren und dann kam ich nicht mehr durch ziemlich kratzer hast du mich durchgefasst weggezogen aber ich war schon mal als hier oder erinnerung aber das gleiche wochen das ist ich glaube ich habe gerade beim stream sowohl gehabt das ist ja ausreichend ja ja verdammt übrigens warte ja ich weiß nicht ob es links weitergeht nach rechts auf keinen fall links ja ich habe keinen spot mehr wo ich sagen kann aber so warte ich sollte vielleicht mal l anmachen oder der hand umzulösen vielleicht so was sieht so aus als würde ich kippen aber ja ja